Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, wie man ein Playmobil im Bett bastelt und vielleicht noch ein paar weitere Dinge. Mir hilft heute nicht jemand, deswegen nicht wundern, wenn ihr noch eine andere Hand seht. Hier ist meine. So, ich glaube die Lieferung kommt direkt auf. Genau. Ah, da sind ja schon die Materialien. Huch, das Auto verträgt schon weiter. Also, wir bauen ja ein Bett, ein Playmobil-Bett. Da habe ich jetzt einfach so eine Vorlage genommen. Das ist einfach mal, als hätte ich dir nicht mehr. Möchte bei Playmobil, habe ich das einfach ausgeschnitten, dass das passt auf ein Stückchen Karton. Perfekte Größe. So, machen wir nicht mehr. Dann nehmen wir uns jetzt zwei etwas größere Stichchen. Was ich auch noch sagen wollte. Wir benutzen, dass man, dass es ein bisschen stärker ist.